So, machen wir gleich mal weiter mit Level 28. So, okay. Oh, das Level. Ah, gut. An das kann ich mich nur noch so ganz schwer erinnern, aber das war dieses extrem abgeänderte Level. Äh, oha, ja, oh Gott, oh Gott, gleich am Anfang so ein riesiger Kampf. Gut, wir haben, von der Schafmilch haben wir eine ganze Menge, wir haben, von der Schrott hinten haben wir auch eine ganze Menge, dann haben wir auch zwei so eine dickste Boomster. Dann haben wir, hä, ne, eins, zwei, doch. Dann haben wir noch einmal Raketen und einmal Plasma. Es geht also. Das heißt also, wir werden uns erstmal hauptsächlich auf Plasma konzentrieren und dann versuchen wir das Schafmilch schon ein bisschen was wegzumachen. Und wenn die Schafmilchung komplett leer ist, machen wir den Rest einfach mit der Schrott hinter. Das sollte funktionieren. Wie viele Gegner jetzt noch kommen mögen. Gut. Das hat schon mal nicht funktioniert. Doch. Hat funktioniert. Oha, hat funktioniert. Alter, wie vieler. Also, dass viele kamen, wusste ich ja aber nicht so viele. Die Leute, ich werde doch verrückt. Das ist doch nicht mehr nett. Oh Mann, ey. Oh Gott. Das ist doch ein Witz. Gut. Alter, was zum Fick, ey. Was kommt denn hier los? Frosflinter. Oh Gott, ich habe hier noch die Anrufiecher. Äh, gut. Einmal hier, einmal hier und hier verstecken. Ich glaube, ich kann mich gar nicht verstecken. Scheiße. Alter, ich bin gleich rot. Okay, geht noch. Alter. Ernsthaft, Leute. Das ist nicht nett. Alter. Alter. das ist doch mal ja nein nicht jetzt nicht nachladen wir sind gleich tot ah wir sind tot oh come on ernsthaft jetzt ach du nö ok erstmal alle anlocken so haben wir das schon mal rausgelockt jetzt kann ich nämlich hier rein ja oh nein dachte also wo häng ich denn hier oh klar die tür das wird nur scheiße oh god ach ach ne das gibt es da gar nicht ist das ein also von außen rum kommen ganz viele kacko demon und pain elemente vor denen kann ich erstmal nicht flüchten ich muss einfach versuchen nur ein von denen bei den türen dann macht der da sind die einzige die sinn macht weil ich da diese beiden seiten gegessen habe wo ich mich verstecken kann der problem ist immer das nachladen meine scheiße na gut na gut ne 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 da war da war da war alter Alter, das gibt es nicht. Nein, das ist einfach zu heftig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Gut, da noch die Teil 2. Gehen wir jetzt von der Seite und versuchen direkt beim Reindrennen in diesen Raum da hinten. Geil, dass wir alles verlegen. Ah, komm, geh auf. Mal los. Okay. Alter, die sind schwer verschoben. Das sind einfach zu viele. Und durch rein. Denk, wir haben es geschafft. Speichern, direkt speichern. Alter. Wow. Was zur Hölle. Stört jetzt. Stört einfach. Okay, bei dem bleib ich. Bei dem bleib ich. Klar. Na, komm mal her. Missgeburt. Komm na. Alter, ich glaub's nicht. Wir haben es geschafft, oder? Digga, ich glaub's nicht, ey. Boah. Also, ganz ehrlich. Alter, das war schon heftig. Heilige Scheiße. Okay. Also, warte ich immer erst mal hier reinrennen. Alter, war das grad nice, ey. Okay, erst mal Munition einsammeln. Also, wir haben sogar relativ wenig verbraucht, grad mal. Das geht echt. Also, wir haben, äh, halt also bei der harten Munition, äh, bei der Gewehrmunition, da haben wir alles verbraucht, aber wir haben kaum was von der Schrottwinte verbraucht. Wir haben noch alle Raketen da. Ja, okay, und Plasma-Mapro verbraucht. Also, es geht. Es war zumindest im geplanten Rahmen. Alter. Was? Ein Gewitter zieht auf, aber keine Gewitterwolken. Das sind ja wohl keine Gewitterwolken. Die könnt ihr mir ja erzählen, ja. Gut, okay. Erste Welle haben wir geschafft. Ich weiß ja schon wieder, warum auch immer. Dann geht's jetzt weiter. Wir fangen einfach mal hier an. Mhm, interessant. Da geht's rein. Aber dann geht's die Munz rum. Man kriegt Schmerzen. Das ist Brüste. Äh, gibt's die Weste? Nee, ne? Fällt mir auch keine Weste. Ja. Mann, ich wollte... Ich will da rauf. Arschloch. So, das heißt also, ohne Weste brauchen wir hier erstmal gar nicht rein. Dann gehen wir doch erstmal in die andere Tür rein. Oh, lad, schneller, Junge. Dann gehen wir erstmal hier auf der Seite rein. Nein. Gut, okay. Ich dachte schon, wir haben jetzt hier eine von den großen Kisten mitgenommen. Das wäre nämlich falsch von mir gewesen. So, dann nehmen wir erstmal hier rein. Oh, das Level. Äh, oder der Teil vom Level. Nice. Aber guckt euch einfach diesen Unterschied an, ja? Jetzt läuft es gefühlt super flüssig. Ah. 40 Bilder, geht. Und komm mal mit die Taschenlampe an. Und bricht es hier einfach... Ja, gut, gerade mal 28, aber es fühlt sich zum Stockland an. Und so geht es... Fühlt sich richtig flüssig an. Wo es gerade mal 10 Bilder pro Sekunde mehr sind. Ein Unterschied für Tag und Nacht vom Gefühl her. Meine Fresse. So, da hinten haben wir noch ein paar Imps. Alle weg, alle weg. Gut. Jetzt sollten alle weg sein. Hier haben wir noch ein bisschen Schad von Munition. Das ist sehr... Nett. Kommt alle her. Kommt ruhig alle her. Heute gibt es Sushi. Danke. Oh, scheiße, habe ich beide mitgemacht. Ah. Ah. Los, la chinella. Danke. Reicht vollkommen aus. Gut, und da drinnen waren jetzt die ganzen Kakodemon. Dann nehme ich mal das hier. Ist da... Oh, mir doch nicht. Na, warum fliegt das, wenn jetzt mal die ganzen Kakodemon kommen? Wo? Fuck. Scheiße. Geh weg. Bleib ich hier. Danke. Hallo? Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke es, ja. Okay. Aber hinter den Türen waren auf jeden Fall die Kakodemon. Äh. Mancubis. Oder wie die heißen. Ne? Hier, die dicken. Mit den Feuerkanonen. Doch, Mancubis hießen die. Und für die lohnt sich das hier am meisten. Oha. Kommt ihr auch schnell? Ähm. Eintröber nehmen. Hä? Was war das denn jetzt gerade? Oh. Okay. Hab mich verguckt. Dachte, wir haben 460, aber wir hatten 560. Von daher hat sich hier kein Eisweiler gelohnt. Kommt ihr jetzt? Ja. Warum kriege ich Schaden? Äh. Klar, weil ich wieder mit dem Rücken an der Wand stehe. Ähm. Äh. Das ist doch behindert. Mach ihn. Boah, Alter. Was ist denn hier los? Fuck. Los, lass mich raus. Krieg schon wieder mehr Schaden, als mir lieb ist. Gut. Spinnen machen wir wieder hier mit. Gewohnte Taktik. Nein. So. Ja, los. Mach dich wieder fertig fertig. Oder nicht? Oh. Schick viel Munition. Och nein. Hilfe. Was? Warum denn? Ich hatte doch noch, oder? Wah. Da wird okay. 38 Leben. Das ist tatsächlich nicht mehr so viel. Er sagt, bin nackt. Okay. Oh. Keurig scheiße. Ich hab beide aktiviert. Beide weg. Beide weg. Beide weg. Scheiß Arschweilz. Hier bin ich. Oh. Drei treue Freunde. Wow. Bin begeistert. Zum Glück haben wir uns doch, dass wir entschieden, zuerst den Sektor hier zu machen. Den Bereich. Von der Map. Äh. Nein. Aber merken. Hier haben wir auch noch dreimal. Wir haben also von der hier ganz schön viel Munition. Hier haben wir auch noch fünfmal. Also das Gesamtfunk mal. Da waren zwei mal. Ach ja. Hier geht's auch mal weiter. Oh. Interessant. So. Da geht's weiter. Hier ging's nicht weiter. Okay. Dann einmal hier lang gehen. Oh. Ne. Ja. Okay. Das war die Fläche mit dem Cyberdemon. Äh. Ne. Davon hab ich nicht mehr genug. Hier vorne sind wir auch schon wieder weiter am Ende. Eigentlich können wir die hier mal einsetzen für den Cyberdemon. Oder? Ich guck mal ganz kurz. Die hat primär. Hat die Dach. Okay. Und sekundär. Achso. Sekundär hat sie gar nichts. Gut. Okay. Gut. Äh. Nein. Jetzt brauchen wir sie noch nicht. Aber nachher. Dann. Irgendwann. Hier kommen wir sie mal nicht durch. Hier kommen wir auch nicht durch. Äh. Äh. Da. Ne. Kommt man auch nicht durch. Och. Leute. Ich krieg ihn gleich. Krieg ich hier gleich. Also. Krieg ich alles was man kriegen kann. Ja. Kommt man auch nicht weiter. Äh. Hallo. Äh. Wow. Ah ja. Guck mir. Ah. Okay. Nach jahrelanger Forschung fangen wir den Weg. Oh. Wir können die benutzen. Sehr schön. Ich wünsch dir nur hier wieder dieser Bug. Dass er mit erlaufen kann. Aber leider. Gibt es den wohl nicht mehr. Ne. War nicht voll schade. Hat mich früher mal voll gefreut der Bug. Gut. Okay. Licht. Ähm. Hier war so. Oh. Der Autor erinnert mich immer irgendwie ein bisschen an Half-Life. Ah. Nice. So sieht man doch schon gleich viel besser. Äh. Viel besser. Viel mehr. So. Wollt das so ist. Sprech mal gleich mal ab. Da ist nichts. Ach ja stimmt. Hier ist von irgendwo noch ein Monster. Wow. Muss man hier fast drücken. Ich drück mal erst mal gar nichts. Der hat auch keine Funktion. Hat mich. Hä? Ach ja. Ach ja. Schießt nicht immer alles kaputt. Gut. Ein paar Raketen. Könne ich haben. Rüstung kann. Nehme ich auch mal mit. Ganz ehrlich. Das erinnert mich jetzt an einer der vorherigen Maps. Hier. Ähm. Ähm. Wie ist das? Äh. Testing Portal Lab. Oder sowas. Oh. Okay. Ähm. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Alter, wer schießt ihr auf mich? Hey, war doch gerade gar keiner. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass meine Freunde auf mich schießen, wenn ich die Wache benutze. Das wäre ultra lame. Nö, machen wir nicht. Aber wer hat denn gerade auf mich geschossen? Oh. Fast, fast, perfekt. Stale Arkmarine. Hm, jetzt ist fein. Jetzt geschickt keiner mehr. Sehr seltsam. Na gut. Da war doch, ich habe gerade einen Glück, äh Unglück, Glück, Glück oder keine Ahnung. Äh, da. Spätige Musik. Spätige Musik. So? Fuck! Ey, die Waffenbringen gar nichts, die haben nicht allzu viel Power, man kann mit denen nicht weglaufen, man kriegt voll den Schaden, weil man die Waffen nicht als Schutzfilm benutzen kann und ja vergleichsweise wenig Munition. Geht doch an! Hä? Die funktionieren gar nicht! Oh Scheiße! Ich hatte mich darauf verlaufen, dass sie funktionieren! Fuck! Dann gibts jetzt Glück! So, schieß! Schieß Hyper Demon! Schieß doch! Jawoll! Er schießt! Perfekt! Wow! Nicht mich abschießen! Deine Freunde abschießen, meinte ich! Wo ist jetzt der Cyber Demon? Ich sehe ihn gar nicht mehr! Hm! Komm doch raus, Cyber Demon! Was war los? Ich warte! Ach Mann, Alter! Ist das hier behindert oder was? Oh, jetzt kommt er! Wow! Wieso? Wieso kriegt die Waffe eigentlich keinen Schaden? Wenn die direkt getroffen wird, kriegt die keinen Schaden! Aber wenn ich gerade stehe, kriege ich Schaden! Das macht so überhaupt keinen Sinn! Let me alone! 26% Leben! Das ist doch dein fucking Herz hier! Äh! Dein... Dein... Dein fucking Herz! So! Ah! Da komm! Ja! Dein... Wow! Ja! Der Plan ist perfekt aufgegangen. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich jetzt das Ding hier, weil das Ding ja kein Schaden nimmt, wenn man selber nicht da dran steht, das Ding praktisch erschützelt genommen und bin gerade hintergegangen und habe den Cyber Demon abgeschossen, während er mich versucht hat, durch das Ding hier durch abzuschießen. Hä? Was? Äh, ihr wollt hier rein? So, hier kann ich rein, bringt mir aber nichts. Hier ist ein bisschen Munition, wenn ich rein bin. Ah komm, verbaute mir das auch mit. Dann bin ich wenigstens wieder voll, was das angeht. So, hier gab es nichts. Ah doch, doch klar, hier gab es doch hier, äh, äh, das da. Na komm jetzt. Äh, ja, auf die Toiletten kaputt zu machen, die Vollidiot. So, gibt es irgendwas, was Besonderes, Spezielles? Ne, ne? Ja, die anderen Beine scheinen wirklich strumpen zu sein. Äußerst tragisch. Aber gut. So, hier gibt es einmal das hier. Gott. Mehr gibt es hier scheinbar so weit nicht. Äh, doch, das lohnt sich. Das lohnt sich komplett. Da wäre ich doch bescheuert, das nicht zu machen. Oh. Äh, ja. Hätten wir benutzen können, wenn ich Vollidiot dran gedacht hätte. Habe ich aber nicht. Oh. Interessant. So, hier müssen wir wieder die mittlere benutzen. Die anderen beiden führten ja in der Sackgasse, oder? Ach, du Scheiße. Ja, wo denn? Da. Aber wisst ihr, was kommt? Hier. Danke. Ah. Freut dich mal her. Nein. Was? Out of ammo, ich glaub's ja. Oh. Blitze. Hier gibt es ja doch Blitze. Das war unrealistisch, wohl wie gesagt. Das sind keine Gewitterwolken. Das sehen zumindest wieder aus wie welche. Ah, genau, lauf vor. Mach ihn fertig. Oh, lass dich doch nicht fertig machen, Junge. Vollidiot. Der rennt auch echt. Der ist fast noch besser als ich, ey. Irgendwie fühlt bei seiner KI die Eigenschaft auszuweichen. Der bleibt einfach bitte voll Alkuchen stehen. So, wo ging's jetzt hier raus? Äh, einfach mal der Nase lang, oder wie jetzt? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch sehr einfach gewesen. Hier kommt man auch nicht durch. Kommt man auch nicht durch. Äh, der erst hat Leute. Hier kommt man durch. Man muss echt nur alle Dinger drum rumlaufen, nur weil die es einem hier so vordiktieren. Mit diesen verkackten Gackwegen. Okay. So, jetzt können wir uns noch einmal so ein Magazin nehmen. Danke. So, jetzt geht's hier rein. So, weil das jetzt hier wieder ein bisschen schwerer war. Ach ja, nee, das war nicht schwerer, sondern ich brauchte mal die Rüstung. Die komische Dichte Bums. Ich hab's noch keines gesehen. Gibt's nur noch eins. Gut, gehen wir zu dir lang. Achso, ich komm mal noch gar nicht lang. Ach man, Alter. Klar, von da kamen wir ja. Ich schon wieder. Also, gibt's hier bloß die beiden Wege da und da. Na gut. Dann bleibt uns hier gar nichts anderes übrig, als hier lang zu gehen. Ah, wow. Ich hasse es, Wege zu nehmen, wo man automatisch haben bekommt. Egal, ob man... Alter. Da bin ich ja gerade hängen geblieben, ist doch gar nichts. Verstehe ich nicht. Ah, das vergeht mein Bestes wirklich. Oh, das wird möglichst schnell vermuten. Da lang zu kommen. Ah, das sah schon besser aus. Gut, und wo geht das hier weiter? Hä? Hier geht's doch nicht weiter. Äh, Leute? Ach, da hinten. Nee. Da geht's auch nicht weiter. Hä? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Wo muss man denn jetzt hier hin? Ach, da war doch hier raus. Wieso haben wir das ja schon nicht geschafft? Alter, das gibt's doch gar nicht. Okay. Okay. Boah, Alter, also langsam, ich fühle mich das hier echt noch mal zum Glück. Boah, ernsthaft. Äh. So, wie kommen wir jetzt hier am dünnsten rauf? Äh, ich versuche es mal mit Anlauf. Auch nicht. Ja, auch zu einfach gewesen. Wow. Das wäre jetzt schon wieder zu viel Anlauf. Wollte mich eigentlich alle verarschen hier. Ich kriege gleich eine Macke. Boah, Alter. Noch ein Versuch und ich fliegt da rauf. Ich hab dich gewarnt. So, machst du dir keine Folge noch verstanden? Scheiß, Bergen. Also, noch unnötig. Oha. Oha. Ich wollte dich benutzen. Ach, Kacke. Die Kacke. Nee, kann man nicht. Kann man gar nicht durchschießen, oder? Ah, da ist das unfair. Äh, da geht's ja hier. Ich wollte da drinne, ich meine, bei den Freunden retten, aber... Da kommt er gar nicht rein. Ah, genau drauf meint ich. Alter, ist das unfair. Na, super. Wahrscheinlich soll man sie auch gar nicht retten können, sondern man soll dabei wahrscheinlich gequält werden, bei dem Wissen, dass man seinen Freunden helfen kann. Das soll quasi Psycho-Horror-Game werden. So, hier müssen wir rein. Später. Hey, den lass ich. Irgendwo muss ich mich ja aufgeilen. Oh, äh. Komm schon, schrei weiter. Wie sagst du denn noch? 9 von 30. Arschloch. Arschloch. Fick dich. Bitch. Geh, kacken! Ja! Schad geschehen! Nein, nicht du. Oha! Äh, äh, wurde er jetzt da? Hier, oder? Na ja, versuchst du nur herzukommen. Das Unfaire für die Gegner, die wir hier drinne können schaden. Und sie kommen nicht her. Doch, sie kommen her. Oh, sie nehmen wir doch Schaden. Oha, mit der 2. Nein. Wow, der Verkattung. Ah, wow, der Verkattung. Nein, bleib auf. Ich hol noch mal. Göttler, was hier draußen? Alles hier draußen laut. Ich verstehe meine eigene Worte nicht. hat es dann umgebracht oder was und jetzt irgendwas hat so getan ich war jetzt echt alle umgebracht ich glaube es ja kannst du mal ganz kurz deine fresse halten danke gut okay Gut, erstmal an das Hilder ziehen... Okay, schon besser. Das war für meinen Freund, den du gerade umgebracht hast. Wichser. So, nach diesem Glorreichsereignis jetzt mal sichern. Ähm, Update pro Glorreich. Oh, nice. Zwei auf einem Streich. Oha. Junge, einer würde auch reichen. Kopf mehr Hacker? Arschloch. Oh. Äh. 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 Nö. What? Wichser. Oh. Oh. Warum fliegen die Fackeln? Ah, ja, ja. Das ist die Scheiße. Warum fliegen die Fackeln eigentlich? Wichtig. Oh. Was macht sich wieder? Ich fertig. Mann, solltet ihr Revenant treffen, du Arsch. Alter, ich hab mir jetzt reißen, mir langt, das ist doch hier nicht mehr normal. Warum opfern sich alle, um nicht halt Revenant zu verteidigen? Ich dachte, sowas wie Ehre gibt's hier nicht. Sieht doch richtig viele Launer an. Arschloch. So, aber ein Imp muss noch da sein, das waren nämlich drei Imps, oder Aircraft erledigt. Oh. Ach nein. Komm her. Wichser, Alter. Für dich opfällt ich sogar meine Plasma-Munition. Nein. Pack ich doch von drei. Mann, Alter, da wollen wir alle deine Waffen nachladen. Man kriegt hier direkt auf die Fresse. Gut, da ist was Blaues. Also so ein Blaues. Na, ihr wisst schon, was meine. Okay. Hier ist nichts. Aber wo sind die da Kerzen drinne? Da gehört Brennholz rein und keine Kerzen, Alter. Jetzt hören Sie bitte schon im Kamin Kerzen an. Da ist wohl irgendjemand in der Fall verstanden. Wollte ich hier nicht gerade? Hä, renne ich im Eis, oder was? Ach ja, genau, darüber. Gut, ähm, genau. Alloos, mach dich fertig. Damit ich den Waffen nachfällig machen kann. Wow. Wow. Ah, hier sind die fliegenden Fackeln. Hätten die sich bei der Textur noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber wo gibt's jetzt auch nicht hin? Geh mal kurz, geh mal kurz ein bisschen näher ran. Alter, die schreien nicht zu laut rum. Äh, können wir hier weiter? Ne, auch nicht, ne? Doch. Das wäre hier mit Operationen, bringen wir mit den Leuten um. Arschloch. Wichser. Du Scheißkannen, Nacke. Oh. Äh. Hier versteht so jemand mein Schmerz. Was tun? Ach, du Scheiße. Wo denn? Ich hab's gar kein gesehen. Ach da. Hä? Der wusste, der? Ach, Mann. Ich krieg ja gleich den Ständer. Nur nach innen. Wow, hier bin ich wieder. Ach, Mann, Alter. Hallo, das geht nicht. Der war unten. Blockweg. Was lebt denn noch? So, hätten wir. Gut, wo war jetzt der Schalter? Da hinten irgendwo. Ne, da hinten. Ach so, ja, hier eben, die war jetzt mit dem Gitter. Also muss ich hier lang. Oh, äh, der lebt ja noch. Warum das denn? So, da ist was von meinem Freund. Gut. Ähm, das hier. Wow, Alter. Alter, wieso kann der mich überschossen, obwohl ich hinter der Wand versteckt war? Also, hier, mich dahinter, dahinter nehmen. Hab ich schon gedrückt. Hier, da bin ich. Hier kann ich mich hier angreifen. Wixar. Ich werde mir die verzeihen. Hä? Wieso kommen die durch? Ich verletze mich halt ernst. Alter, mir reizt langsam. Können die jetzt zommern, oder was? Oder hat der jetzt einfach die Toten wiederbelebt? Alter, da kriegt er ja echt seine Macke. Kriegt man da. Ja doch, der hat einfach die Toten wiederbelebt. Arschloch. Ach Gott. Na gut. Fuck off. Ich glaube, er ist tot. Sind jetzt alle tot, oder was? Ja. Oh. Sieht ja nett aus. Sieht ja echt nett aus. Gut. Dann... Ach so, ja, eben. Jetzt wird was mit den Ohren hier. Und auch wieder keine Rüstung. Und hier findet man von der Schaden. Ach nee, findet man gar nicht. Das ist natürlich nett. Trotzdem muss ich noch gucken, wo hier was ist. Ach nee, das ist. Okay. Weil es auch immer der Schalter jetzt gemacht hat. Ich hoffe, es ist noch etwas Brauchbares. Gut. Hier geht's weiter. Wahrscheinlich. Wow. Ach man, Alter. Ich krieg gleich noch Macke. Wow. Aber hier geht's. Ich kriege das. Ach man, Alter. Ich kriege das. Ich kriege das. Okay. Aber hier geht's. Ich kriege das. Wow, halt da. So viele fliegen hier. So was mache ich zu Hause auch immer. Wenn ich nach Hause komme, nach der Schule, werde das mal meine Kettenlegel schnappen, und mir zum Aufräumen. Da liegen auch da welche rum. Soll das hier so eine Fächerprüfung sein? Wo hier die Schafe oder die Schweine mal an diesen Schienen langgezogen werden. So dass das hier Männchen sind. Oder was soll das hier werden? Hält da noch einer? Egal. Ich hoffe, ich bekomme Punkte dafür. Hä? Hä? Wieso kriege ich Schaden? Wow, ich bekomme Schaden, wenn ich die Dinger ab... Lol. Verleck mich. Wichser. Okay. Wo war so voller Reinfall? Die Leute da abzusägen. Äh... Irgendwie geht's nicht mal weiter. Ist ja interessant. Und wo geht's dann weiter? Oh! Was für ich ja noch welche... Schlagen wir mit ihren eigenen Waffen? Jaaaa! das war natürlich intelligent aus reflex als man solche waffen niemals einsetzen das ist also machen wir es jetzt gesittet und geordnet wo auch immer das normal geht da und der zieler alle droht ja jetzt morgen die gar nicht einsamen wirklich verarschen was will das spiel von mir hat doch etwas persönlich gegen mich oder ist doch nicht mal normal hier war nicht der fünfte noch einer vor allem die sich alle verarschen das ist das behindert wow danke oha ach du meine fache wer kommt denn noch so eine ideen hier fache 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 Das sieht nicht sehr gesund aus. Ah, hier muss ich noch ein Krüger sein. Alter, viele Gippe dazu auf diesen Kack Revenants. Fuck. Bleib mal voll daneben. Und was für das Wort ist? Lass mich mal durch hier. Arschloch. Wo? Wo? Mistgeburt. Ah. Das kann ich verbrauchen. Guck mal her. Guckst du mal her? Wichser. Kann ich hier zahlen? Nein. Natürlich noch nicht. Oh. Die gebrauche ich. Äh. Nicht gebrauche ich, sondern kann ich gebrauchen. So. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass ich dieses Selbchen wieder viel zu lange brauche. So, wo muss ich jetzt hin? haben wir jetzt hier schon irgendwas brauchbares bekommen auf jeden fall haben wir insgesamt fast alle gegner umgebracht was ich mir aber noch nicht so ganz vorstellen kann hier haben wir schon genau den shelter haben schon umgelegt also jetzt nicht umgebrachter weise umgelegt sondern ihr wisst schon danke dafür danke dafür danke dafür leute wo muss ich hin muss ich jetzt wieder raus ich habe ich jetzt schon alle schlüssel oder scheiße stimmt wir haben vergessen die unmakeover für zu benutzen ach mann alter ach ich bin wieder hier über okay äh wer schießt denn da ach von da oben da leckt mich doch so haben wir schon alle schlüsselkarten oder fehlt noch was ich kriege noch eine krise gut fuck juli nein bam so erstmal drücken wir hier um stört äh er wurde jetzt noch da okay weil da jung ja mal leben ich hab hier auch jetzt schon gebraucht so jetzt ein versuch so jetzt halt jetzt die füchert aufbringen und sage ich jetzt aufs ganze wir haben noch eine menge raketen von daher werde ich einfach da in schicken wo sie herkommen hier muss ich jetzt eigentlich direkt ins fiel kommen oder ja das heißt ich kann mir jetzt noch mal schön die boni einsammeln bezogen jetzt so auf das jetzt nicht unbedingt aber ist auch nett was ich meinte ist jetzt eigentlich hier davon die blaue und dennoch die blaue perle die aber auf der andere seite war da musste ich hier lang da ach so brauch ich erstmal leben also erstmal perfekt und weil das ne ganz verschwindet das ist so – ich bin schon wieder hier dran ne 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 sind glaube er auch jetzt gehen wir auch hier kann der woche man stellen kann man hier muss ja nur für halbwegs sein zwei stück wenn ich mich nicht ganz falsch entsinne doch ich entsinne mich falsch war das klar oder war das klar klar wie wasser nach mann so alter erst noch ein versuch und ich bringe Geht doch. Man muss einfach im Mund gedrohen. Dann geht das alles. Healthpacks, hallo, ich mache Healthpacks. Und da muss ich rein. Alter, wie komme ich denn da rein? Jetzt mal ernsthaft. Was macht so überhaupt Pension? Ich habe die Wegraschen Noclip. Könnt ihr mich alle mal. Den haben wir umgelegt. Ja, also gewohntes Spiel. Ich werde jetzt bloß noch versuchen, hier in meinem Herz leben. Und nichts davon zu bekommen. Also eigentlich ein Level ist, wie ihr bereits gesehen habt, schon vorbei. Von daher. Da will ich rein. Wo kommt noch rein? So schon mal nicht. Meines Erachtens nach gab es hier und hier Geheimschalter. Ja, aber ich habe absolut keine Ahnung mehr, was ich hier machen möchte. Alter, wir haben 26% Demo, das kann doch nicht wahr sein. Wie soll man da so ein Level beenden? Was macht denn so ein Schalt schon freiwillig? Habe ich hier nur noch ein Schalt übersehen? Oder was jetzt? Und die Levels werden definitiv nicht leichter. Von daher sollten wir schon mit ordentlichen Lebensmittel starten. Alles andere wäre ganz schön leichtsinnig. Aber hier haben wir auch nichts. Ich würde mal ein bisschen was. Ich würde mal ein bisschen was. Ich würde mal ein bisschen was. Oh, ich würde mal ein bisschen was. Ich würde mal ein bisschen was. Oh! Oh das auch nicht das auch nicht das auch nicht das auch nicht ach man ey ach man ey ach man ey ist das behindert und noch Alter gleiche Gaggen was? so weit kommt es noch hier das möchte ich jetzt noch mit jemanden anlege scheiß was auf die rüstung na gut ciao